Let's play Fallout 3. Gerade wieder frisch aus dem Vault 101 raus und wenn sie mich nochmal rausschmeißen, dann werde ich die ganze Bude einfach anzünden. So, nun aber müssen wir weiter, denn wir wollen zum nächsten Vault, das wohl der Vault 106 sein müsste, glaube ich. Und schauen wir, ob ich hier so ein bisschen abkürzen kann, über die Berge. Hey! Achtung! Angriff eingeleitet! Alles klar, entfallen! Oh, wieder Raider-Pock. Science-Kontakt! Wo? Ach, der hat eine Feuerwehr heute auch, jetzt auch. Der hat so einen coolen Cowboy-Hut auf. Rügel gefällig! Scheißegal, ich hau hier an! Endlich abhauen! Komm jetzt wieder her! Gegner am Boden! Okay, sie hat die schon platt gemacht. Schauen wir mal, was die Raider hier so hatten. Vault-Jet. Oh, da unten steht ein Verti-Bird. Da haben wir da unten wohl die Enklave. Da vorne sind noch mehr Raider. Na ja gut, da gucken wir vielleicht mal auf den Rückblick hin. Weil ich bin jetzt gerade Vault-geil. Mal schnell auf die Vault-Karte gucken. So in die Richtung. Oh, scheiße! Ist das eigentlich hier auch noch so, dass der Voll-Damage weg ist mit einer Power-Rüstung? Du wärst, du würdest jetzt nicht aufgefallen, dass ich Schaden gekriegt habe, wenn ich irgendwo runtergesprungen bin. Vielleicht war es aber auch einfach nicht hoch genug. Ich weiss es nicht. So, das war's, was mir da anzeigt. Das könnte es jetzt genau sein vor mir. Das Dreieck. Oh, die Haugwei! Noch einer für die Bruderschaft! Die sehen aber auch ziemlich übel aus hier, oder? Irgendwie viel krasser als in dem Vorlauf hier. Aber ich mag das. Wir müssen eigentlich ziemlich nahe sein. Ich bin schon wieder so gespannt. Von mir aus könnte komplett Fallout nur aus Vaults bestehen. Ich bin hier. Und wer, pissiger Hund. Wahrscheinlich komme ich jetzt gar nicht rein. Da bin ich aber ein bisschen traurig. Oh, das sieht so vielversprechend aus. Oh, Meisen. Was ist denn eigentlich mein Helferleinchen? Wo ist denn unter Zechser gegangen? Juhu! Bisschen Licht anmachen. Und er geht auf. Sieht aber übel rostig hier aus, ne? Nicht so wie beim Vault 101. Oh, ich bin so gespannt. Was werden wir hier drin finden? Der sieht echt übel aus. Blut. Okay. Wir haben Gegner hier drin irgendwo. Schauen wir mal hier rein. Ach, schwer. Das kann ich wieder nicht, oder? Ach, verdammt nochmal. Mist. Okay, der ist durchgedreht. Ich hoffe, wir finden hier noch Terminals, die... Gut, wieder einer weniger. Was war das denn jetzt gerade? Äh. Ich hoffe, wir finden noch ein Terminal, das nicht, ähm... ...schwer zu knacken ist. Was? Na, wo sind sie denn? Nichts. Ich weiss, was die hier unten gemacht haben. Vielleicht auch irgendwie Drogenexperimente oder sonst irgendwas, dass die hier durchdrehen. Was ist denn das? Ach, da bekommt man eine Vision nicht, Trottel. Das war ein Grafikfehler. Oh, Mann. Die Living Quarters. Hey! Oh! Wir haben Gesellschaft! Oh! Angriff eingeleitet! Auf die Rube, zack, zack, zack. ...länder für die Bruderschaft. Hier geht es runter. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Jetzt geht mir die Munition aus. Ist doch nicht schön. Merke ich gerade. Ich dachte, ich hätte, ich hätte was gewinnt. Wer hat es hier fix? Ich glaube, wir haben... Moment. Kontakt, Kontakt! Was ist das für ein krasses Ding da? Das möchte ich aber auch nicht in die Schnauze kriegen. Was ist hier unten los? Was ist hier unten los? Warum sind die alle durchgedreht? Wissenschaft! Hm... Metal Helmet. Metal Rüstung. Heavy Metal. Okay. Ich gehe dann doch wieder auf die andere Seite und dann nach unten. Das war doch hier, oder? Her damit. Und her damit. Bisschen Schrot wäre geil. Schrot. Hm. Da haben wohl nur ein paar überlebt. Schrotpatron hier, wunderschön. Jetzt das Ganze noch 30 Mal. Jetzt haben wohl anscheinend nur ein paar überlebt. Die Frage ist nur, wie die überlebt haben. Warum, warum bringen sie sich nicht gegenseitig um? Weil sie sind ja ganz offenbar ziemlich aggressiv. Scheiße. Jetzt habe ich das Schloss kaputt gemacht. Da heißt ja nur ein Schlüssel kann ich öffnen. Ja, aber... Ist nichts. Gut, dass ich es jetzt weiß. Sollen wir noch fliegt davon? Irgendwas verpasst? Ehrlich auch nicht. Der Schlüssel für die Menschen des Ödlands hat für Lions Doktrin oberste Priorität. Hallo? Wer ist da? Wir haben Gesellschaft! Ich dachte, ich hätte was gehört. Ziel im Blickfeld! Wo? Tschüss! Gebiet! Gebiet gesichert! Uh! Jetzt ist ja immer schlimmer hier unten. Irgendwas muss man doch hier finden, dass Aufschluss gibt, was hier passiert ist. Ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an die... Mensch, wie heißt es? Dunwich Boris in, äh... Vorlauf hier. Wo man auch immer wieder die, ähm... Visionen bekommt, was da unten passiert ist. Ha, schau an! Wo? Wo? Ich habe noch viel mehr! Los! Los! Sieg! Was für ein geiler Hommer. Nix. Hm. Bisher nix außer irre. Wahrscheinlich habe ich genau die Tür kaputt gemacht, die wir Aufschluss gibt. Was da hinten, äh... Über das Geheimnis von diesem Vault. Ab jetzt möchte ich das Schloss nur noch bei 100% aufbrechen. Oh. Die sind tot. Moment, strömt hier Gas rein? Nee. Okay, strömt hier gar nicht. Ah. Ich habe nicht so viel Haarklammern. Das war jetzt irgendwie... Boah. Mist, aber was ist hinter der anderen Tür? Das wäre jetzt bestimmt... Genau das Geheimnis gewesen, das ist... Das mir jetzt die Vault hier offenbart hätte. Ich... Boah, ich hier hinten schon. Gleich... Gleich gehe ich mit der Konsole durch die Tür durch. Ah, hier geht sie noch weiter. Okay, der ist schon leer. Fühle die Liebe. Oh Mann. Musst ihr einfach mal meine Gedanken aufschreiben, Mann. Sonst vergisst sie meine Katze im Kopf einfach, Mann. Der Himmel ist so blau wie immer. Alles ist zu rosig und die ganze WG ist total verliebt. Ich weiß gar nicht, was vorher alles war. Weil... Ist ja egal, Mann. Hier ist alles total super. Endlich weiß ich ja auch, dass die Wände ja auch Liebe brauchen, Mann. Die haben doch hier irgendwas geschnupft. Aber auch Wände brauchen Liebe. Woher recht hat, hat er recht. Wie kommen hier eigentlich die ganzen Zeitungsfetzen rein? Vor allem so viel. Haben die tonnenweise Zeitung mit reingenommen. Als es hieß los, alle in die Welt. Die Welt fliegt gleich in die Luft. Oh, dann nehme ich mir aber lieber noch die Bild-Zeitung mit. Okay, jetzt haben wir... Haben wir hier bei euch. Ne? Oder? Ja. Oder? Ja. Oder? Mann! Mich nervt das jetzt gar mit der Tür da. Vor allem... Was soll ich denn einen Schlüssel dafür herbekommen? Meine Knifte ist boll kaputt. Oh... 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 Wie kommt man da hinten rein? Vor allem... Das Terminal würde mich interessieren. Irgendwie muss ich doch da noch weiter gehen. Irgendwas habe ich übersehen. Aber was habe ich übersehen? Hm. So was köpt mich mal. Ich werde es da durch. Ach... Wer soll ich denn einen Schlüssel kriegen bitte, hm? Für eine Tür die kaputt ist. Jetzt kommt natürlich sie da oben nicht durch, ne? So. Wegen der scheiß Tür. Hey! Wo? Ich habe hier einen. Ich greife an. Gegner am Boden. Ja. Das ist so. Also es ist so. Ich hoffe ihr fühlt euch da jetzt nicht gestört. Aber ich habe keine Ahnung wie es sonst hier durchgekommen wäre. Ob sich der Schloss irgendwann resetet hätte, weiß ich jetzt nicht. Aber das... War mir jetzt einfach zu doof wäre hier in der Folge dann. So. Jetzt gehen wir wieder aus dem Wald an. 110. Kommen später wieder. Wenn die Tür vielleicht resetet ist. Was ist das denn? Als nächstes glaube ich muss ich echt auf Wissenschaft gehen, damit ich Computer Terminals und so weiter hacken kann. Tim... Wir haben Gesellschaft. Wir haben Gesellschaft! Hubtraining haben Gesellschaft! Hubsp salut Besser er als ich. Jo? Immer schön darauf achten, wo es Ärger geben könnte! Boah ich ihn, immer... Aha, und da sind wir jetzt, Sicherheitsterminal. Verlassen Sie also nur im äußersten Notfall. Denken Sie daran, jeden, der sich abnormal verhält, gemäß dem Fall geben, Lichtlinien zu behandeln und bitten Sie vor allen Dingen sofort um ärztliche Hilfe. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe während dieses kurzen Test und versichern Ihnen, dass die Steuerung nicht tödlich ist und vor 16 Uhr aus der Luft verschwunden sein wird. Der Aufseher. Also haben Sie hier ein Gas freigesetzt. Was ist das denn? Generalschlüssel. Ja, jetzt hatte ich natürlich den Schlüssel, ne? Dann kam ich ja normalerweise durch die Karten. Ja, hallo. Also irgendeinen Nervengas wahrscheinlich haben wir hier freigesetzt und dadurch sind alle hier wahnsinnig geworden bzw. diejenigen, die es eingeordnet haben. Ich wechsle jetzt mal die Waffe. Mist, dass mir die Munition ausgeht. Könnten wir die mal ausprobieren. Rescun. Das ist auch cool. Zumindest sieht es cool aus. Also wundert mich echt, dass hier doch noch so viele Bewohner am Leben sind. Und die sich eben, dass sie sich eben nicht gegenseitig erschlagen haben. Weil die sind ja extrem aggro drauf hier. Oh, das muss schon ziemlich lang so sein. Weil es sieht schon ziemlich extrem runterbekommen aus. Schau, die haben sie sich noch gegenseitig gefressen. Überliebender. Hier drüben! Wo? Was hier? Ach, jetzt werde ich wahnsinnig, oder was? Sehen jetzt wir auch noch durch. Jetzt wirst du in Stücke gerissen! Ja, ich bin auf deiner Seite! Auseinander! Besser eher als ich! Was war das jetzt? Haben wir auch wahrscheinlich jetzt schon zu lange davon was eingeatmet und fast durchgedreht? Habe ich hier irgendwas noch zum angucken? Hm. Hier, aber hier geht's auch nicht weiter. Aber gefunden habe ich noch immer nix. Ich wette, die Antwort ist oben in dem Terminal drin. Leck mich, Munitionskiste. Ich bin auch mir auch klar, Mann. Unbedingt. Tja, dann sind wir wohl schon mit diesem Vault hier fertig, würde ich sagen. Ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich's bis zur nächsten Folge, mal ein bisschen... NPCs zu farmen, in Anführungsstrichen, um vielleicht ein oder zwei Level hinzubekommen. Also es hilft nicht selber mit den... ...mit den Hacken und so weiter, dass ich da so schlecht bin. Ja, jetzt komme ich hier auch gar nicht mehr raus. Ähm, obwohl ich den Schlüssel habe. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle ein kleines Folgenpäuschen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder auf dem Weg zum nächsten Vault oder vielleicht wieder zurück in diesen Vault, je nachdem, ob ich Zeit hatte und geschafft habe, ein bisschen Level zu grinden und ein paar Punkte in Wissenschaft zu investieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage mir immer Dank fürs Zugucken und bis dann. Für dieses notify schon. 41. 42.